was für ein schöner blick jetzt hier auf kobold gleich und der schönste blick von der anderen seite auf die feste die 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 Blick frei auf Coburg. Tja und die Geschütze hier. Die Gäste sind hier in der Schule. Die Gäste sind hier in der Schule. Die Gäste sind hier in der Schule. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, schön hier. Muss ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, hier einen Ausflug zu machen. Und das ist wohl der Traumblick hier. So, und damit möchte ich den vierten Teil hier beenden von der Feste in Coburg. Viel Spaß beim Schauen und danke fürs Dabeisein.